Hallo liebe Freunde da draußen und willkommen auf meinem Let's Play Kanal. Schön, dass ihr es geschafft habt einzuschalten nach so langer Zeit, wo ich nicht mehr online war. Ich weiß gar nicht, es ist jetzt schon über einen Monat her oder so. Ich habe mich schon ewig nicht mehr mit Let's Plays bei euch gemeldet und weder Podcasts noch irgendein Lebenszeichen abgegeben bei Facebook oder so. Ja, ich habe einfach mal eine kleine Auszeit gebraucht, eine kleine Sommerpause für mich selbst, um hier mal wieder alles ins Lot zu bekommen. Haus, Familie und so weiter und so fort. Es ist einfach viel, viel Arbeit angefallen hier und dann habe ich keine Zeit gehabt, mich irgendwie zu melden, irgendwie abzumelden oder sonstiges. Es tut mir auch furchtbar leid, nicht, dass ihr jetzt noch hier einen Aufstand macht und... Wir haben schon gedacht, du stirbst oder bist gestorben oder liegst im Sterben. Nein, nein, mir geht es gut, gesundheitlich, hoffentlich alles bestens bei mir. Und, äh, warte mal, Puls. Ja, der tickt auch noch. Also Leben tue ich auf jeden Fall noch. Und wie gesagt, ich versuche die nächsten Tage wieder ein bisschen was hochzuladen. Ja, das ist also wichtig. Meine alten Projekte wie Titan Quest, Sacred und die Siedler, das Erbe der Könige, sind ja gerade laufende Projekte. Die werde ich auf jeden Fall fertig machen. Jetzt habe ich aber noch eine kleine Bitte an die Community da draußen oder die, wo wir das Video anschauen. Sei es jetzt hier Abonnenten oder nicht, spielt jetzt mal keine Rolle. Könntet ihr mir bitte mal eine ganz kleine Info über das Windows 10 geben, wie es aussieht mit alten Spielen, ob das Zeug alles noch läuft oder nicht. Weil hier mein Windows 7 spackt die ganze Zeit rum. Ich soll jetzt endlich mal ein Update machen. Ich hatte sogar Schiss vor Windows 8 mir zu kaufen, ne. Weil ich Angst hatte, dass die alten Spiele nicht mehr gehen. Selbst unter Windows 7 habe ich ja wirklich Probleme. Also ich muss ja persönlich sagen, XP war eins der besten Betriebssysteme, wo ich je hatte. Ist jetzt meine persönliche Meinung. Ich fand es einfach geil. Windows XP Professional, Wahnsinn, habe ich damals 120 Euro dafür bezahlt, dass ich das hatte. Das war echt der Hammer. Aber es war wirklich auch ein geiles Betriebssystem. Das hat mir richtig gut gefallen. Ich habe es damals auch bei Ebay, glaube ich, gekauft. Ich weiß es nicht mehr genau. Keine Ahnung. Ja, auf jeden Fall, jetzt ist es soweit. Windows 10 steht vor der Tür und ich brauche eure Infos. Bitte raushauen. Dankeschön. So, was gibt es noch zu sagen? Eigentlich gar nichts, bis auf das, dass ich mich freue auf die laufenden Projekte. Ich freue mich auf euch, auf euer Feedback. Und ja, ich wünsche euch noch einen angenehmen Tag. Und natürlich die nächsten Tage, dann werde ich mich melden. Beziehungsweise gibt mir noch Zeit bis nächste Woche. Ich muss noch ein bisschen vorbereiten. Und ich denke dann, nächste Woche werde ich dann wieder ein paar LPs raushauen. Tschüss.